Was genau jetzt kommt, verändert euer Leben. Nein, das war ein Spaß. Wer jetzt glaubt, dass das wirklich so ist, kennt mich sehr schlecht. Ich habe eigentlich bloß eine kleine Ankündigung zu machen, nämlich dass das Video unterwegs in der Sozehne erst am Ostermontag online gestellt wird, weil ich mir ein kleines Spezial zu der Zehn ausgedacht habe. Und zwar das ganze Osterwochenende. Wird herumgeforscht und Sehnswürdigkeiten abgeklappert und... Naja, deswegen zeige ich euch meinen Ostern und ja, das ist ja erst Ostermontag vorbei und deswegen kommt das Video dann auch erst. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, Ostersonntag werde ich in Wurlitz sein. Und dort ein bisschen reden und... Da könnt ihr euch ja mal überraschen lassen, was denn alles auch an Ostern so passiert bei mir. Ja, das war es eigentlich schon, was ich sagen wollte. Nur, dass sich keiner wundert, dass das Video nicht kommt. Also von daher habe ich meine Sache erledigt für heute und sage dann auch schon wieder Tschüss aus diesem stürmischen, wechselhaften Lassau. Auf Wiedersehen und bis spätestens Ostermontag. Und ich wünsche euch einen schönen Ostersonntag. Einen fleißigen Osterhasen. Tschüssi!